Geld her, ich habe eine Waffe. Doch dieser Imbissbesitzer im neuseeländischen Christchurch lässt sich dadurch nicht beeindrucken. Er hat ein Kebab fertig und einen Kunden, den er nicht warten lassen möchte, und so geht er in aller Seelenruhe seiner Arbeit nach, bis sich der maskierte Räuber frustriert verzieht. Die Überwachungskamera zeichnet alles auf. Im Nachhinein gesteht der aus Ägypten eingewanderte Imbissbesitzer, habe sein Herz aber doch ziemlich geklopft. Untertitelung des ZDF, 2020